so gehen wir mal zum schmerz machen umweg über silberburg ach ja so da ist er wo ist der schmerz noch bei mir zu hause in der mine kann aber auch gleich vorbeikommen dort muss man gucken wo ich jetzt bei dir hier runter kommen in deine gewölbe kammer da ist ein kleiner zuflucht dann packe ich das ja neben dem guten route wie habe ich das mal eingepackt ne alles hat auch schon gebaut meine güte macht die tür wieder zu jetzt schon was getan kann das sein hier aber noch nicht allzu viel nö das ist doch hier ist noch baustelle jetzt kommen wir hier raus jetzt noch letztens gebuddelt gab da unten kann das sein genau 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 klingeln klingeln hier unten was tolles gefunden okay feuerchen es gibt feuerchen hier eine viel feuerchen du hast das markt da drüben noch gar nicht gesehen tatsache stimmt ja 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 stimmt das markt hier hier ja 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 gut hier bei endstation also die mine wie diese wunderhöhle haben wir nicht wieder gefunden die ist glaube ich nahezu einmalig hier darf sie nicht kurz runterfallen dann war es das das hat man vorhin gehabt das ist auch in station mach mal ein bisschen licht jetzt was schlechter an der sitze an die schüsselbare packt dann reicht sie gut aus wir müssen ans schmaragd erst vorbeigelaufen nur mal so am rande bemerkt guck mal diamanten ja mal sehen vielleicht haben wir ja hier eine gute quelle ich meine sparkte und diamanten schon mal zu haben ist halt ganz nett nix drinne ich glaube da muss man mal ein größeres wäre ich soll ich nehmen hier was denn das hier silberfischchen was silberfischchen hier hier krabbelt irgendwas rundherum was hier nicht rumkrabbeln soll ich komme ab und zu in solchen steinen vor wenn der stein sich ganz schnell abbauen lässt ist er meist mit silberfischchen besetzt was ob sie irgendwo hier rausgekommen die viecher ist hier hier geht es dann wieder nach oben rechte seite fackeln passt wo ich war mir nicht gerade hier schon mal gewesen ja ich glaube da müssen wir jetzt lang rechts 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 sieht gut aus hier sind wir wieder hier auch hier sind wir dann sagt das doch dass wir hier sind was ist hier so ausgang und so eine art schlucht ist von woher ist gekommen hier wo ist noch ein lang ich glaube wir müssen hier hoch wir müssen hier hoch und dann hier 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 da hier sind drei genau hier war das da sind drei fackeln immer so wieder hoch hört sich an wie so eine kneipe zu den drei fackeln die drei damen vom grill genau das ist schon sehr lange das gefühl wir laufen im kreis wir gehen nicht weiter rechts die fackeln hier ist rechts rechts wenn der schmerz alles richtig gemacht hat rechts hier in der großen halle ok hier geht's hoch juhu draußen wieder draußen wunderbar ist denn runter hier ich bin draußen das geht auch so leuchten hat er hier auch noch meine güte wenn die leute noch im dungeon ja gut ich danke mal wieder zurück ich lade erstmal ab ja ich springe erst mal heimwärts aufs sofa wie schön soweit geht doch gar nicht ist mir soweit zeit geht rum ohne ende hier ich muss ja ganz alleine hier weiterspielen kies also mischen hat man ja aber warum ist das ganze hier so teuer so dunkel was habe ich da wieder gemacht ich kriege das nicht heller seitdem ich diese achse in der hand hatte also ich habe sie auch benutzt aber bei mir ist alles so geblieben jetzt geht es mehr als merkwürdig jetzt ist es zum teil hinterlegen hier sowas nehmen ich packe das darauf die fehler die freise sind dunkel die jetzt belegt sind sind jetzt muss ich das verstehen ich habe hier auch mal ein schild hier unten das ist auch gelb unterlegt was ist das denn wann wollen wir uns nächste woche wieder treffen ich denke mal mittwoch oder mittwoch ja klingt doch gut ist der 21 ja kurzer weihnachten schön perfekt ist wieder belthane ich lass mich da hat spaß gemacht dann bis mittwoch war super hat spaß gemacht interessante runde im netter ja dann an schucki beste genesungswünsche richtig hier aus und dann bis spätestens nächste woche auf jeden fall ich wünsche euch grüßchen macht's gut tschüss 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 so ein gutes schmerzschalter spiel verlassen wir bleiben natürlich noch hier dran ist ja klar ähm warum habe ich hier so einen gelben ok jetzt habe ich einen gelben streifen nicht mehr wie kann der denn her wenn ich ihn doppelt klicke ok jetzt passt alles wieder ok ich dass er der schmerzsch gewesen ist dass er weggegangen ist jetzt funktioniert das ganze wieder so ja was machen wir jetzt noch ich weiß es selber auch nicht ok ähm dieinger angekommen ist ganz forcément nach gewachsen hier ist auch nicht verkehrt die frauen schlafen noch ja wir können ein bisschen kochen vielleicht können wir auch runter gehen zum semer kurz und genau wir holen mal das zuckerrohr jetzt hier vom see was wir hier angebaut haben komischer keinerlei fischer sein was hier drin ist schade eigentlich die bienen genau die bienen to the bean machen ein bisschen honig hier ganz im bienen hier so das haben wir jetzt auch gemacht dazu muss sagen dieses haus ist ja wunderbar gelungen du bist ja durchgepresst du kommst hier mal die bienen war war ein das kommt hier ein das war mit dem zuckerrohr papier von machen was übrig bleibt machen wir dann so dass es auch durch das passt auch ganz gut machen wir jetzt einmal zuckerrohr ergibt einmal ergibt zucker das schmied jetzt hier rein jetzt müsste man eigentlich hier auch so einen automatischen crafting ding muss da hinbauen aber das kriegen wir auch so hin ähm ich bin ja doch der absolute fan von so einem krautburger oder von den hamburgern dazu brauchen wir jetzt erstmal toastbrot brot brotteig wir brauchen wasser salz und mehl wasser war da war da heute war da war da war da war da war da war da da war dann braucht man mehl wo ist mehr müsste hinten sein brotteig aber 7 steckt sich immer noch trotzdem ein bisschen brot Wir machen jetzt frisches Brot. Da haben wir Butter. Was suchen wir? Mehl, ne? Was braucht man für einen Brotteig? Total vergessen. Ich kann mich gerade nicht merken. Brotteig. Salz und Mehl braucht man noch. Ist eigentlich logisch, ne? Das ist Zucker. Wo haben wir Dattenmehl jetzt rumflattern hier? Wollen wir schon weiter weggehen? Seht ihr das Mehl, Freunde? Thomas Getreide. Ich finde ja nicht mal das Salz. Doch, mehr habe ich gewonnen. Mehl ist da unten, aber ganz unten. Ein Stack. Wie viel Trinkwasser haben wir? Ach, komm ja, wir machen jetzt. Auch jetzt ganz viel hier. Komm ja hier. Oh, schön. Es ist gewittert. Wunderbar. Jetzt müssen wir das Salz noch finden. Da ist das Salz. Salz haben wir 10 Stacks. Das heißt, jetzt können wir einfach mal richtig schön unser Brot hier machen. Unser Brotteig. Das heißt. War ein zu viel da. Okay. Hier und da Wasser. Und da Mehl. Flipp. Und das Ganze nochmal. Zack. Zack. Und. Zack. Und nochmal. Wunderbar. So. Jetzt haben wir unseren Brotteig. Oh, ein Gewitter. Das ist nichts für Schoki. Jetzt haben wir jetzt zweimal Brot. Toastbrot, Butter. Butter brauche ich. Salz. Und Seidentofu. Okay. Jetzt brauche ich Salz. Und Seidentofu. Das ist fester Toastbrot. Das ist fester Toastbrot. So. Und Butter. So. Seidentofu. So. Einmal. Zack. Zack. Zweimal Butter. Haben wir auch. So. Jetzt machen wir hier Doastbrot. Haben wir. Haben wir auch. Wir haben uns vertippt. Burger. Rattenburger gibt es. Hehehe. Gourmet-Bürger. Gourmet-Bürger. Was brauchen wir dafür? Bräuche-Brötchen. Ach du Scheiße. Okay. Paradise-Burger. Für den Paradise-Burger brauchen wir. Kopfsalat. Tomate. Das geht. Essig-Gourken. Essig-Gourken. Ich brauche mal so einen Paradise-Burger machen, Freunde. Was meint er? Den machen wir mal. Machen wir jetzt zuerst einmal Ketchup. Dafür brauchen wir Tomaten. Tomaten. Tomaten haben wir hier drüben. Das ist gut. Tomaten haben wir 10 Stacks. So. So einen Paradise-Burger. Ketchup. Jetzt machen wir erstmal Ketchup hier. Ketchup en masse. Zweimal. Wir wollen jetzt 64 Paradise-Burger machen. Ketchup haben wir. Das kann man mit Zinkäse machen. Oder vom Schaf. Das heißt, jetzt brauchen wir erstmal wieder ein paar Eimerchen. So ein paar Eimerchen brauchen wir. Wir haben ja keine Eimerchen. Toll. Warum haben wir hier keine Eimerchen? Es regnet. Toll. Hier gibt es Eimerchen. Die nehmen wir jetzt erstmal. Wie scharf wir auf ihn drüber gebracht? Ich glaube ja, oder? Ich glaube ja, oder? Wir gucken mal, was funktioniert. Okay. Das hat funktioniert. Die Tiefe müssen wir auch nochmal kümmern, wenn es Tag ist. Ähm. Gar keine Werkbank hier. Oh, 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 so. Ich gehe ganz viel von denen, so jetzt. Ah. Jetzt gehen wir den Wagen schon mal zurück hier. So. Das geht nicht. Ah, das ist von Holzstein. Ah, das ist doof. Von Jersey. Zehn Käse. Ich brauche einen Pilz zu. Kriege ich drei Stück. Okay. Funktioniert nicht? Okay. Ich brauche einen Pilz für. Salz. Mal gucken. Käse. Zehn Käse. Käse. Käse Stück Holstein. Käse Stück Friesig. Käse Omelett. Okay. Käse Raddeko. Käse Kuchen. Käse Pemms Harvest Craft. Ich brauche auch schon mehr Salz dazu. Dann kriege ich nur ein Stack raus. Na gut. Ähm. Das ist ein bisschen doof, ne? Salz. Ah, wieder viel zu viel. Eins, der greicht. Ich mache das mit Better Animal. Da kriege ich mehr raus. Ich habe hier ein, zwei, drei, vier, fünf, drei, sechs, sechs, sechs. Das ist ja mit Pilzen machen. Sollte so funktionieren, oder? Pils 25. So, gucken wir doch mal. Käse. Das geht. Also, es geht immer nur so. Okay. So. So. Machen wir halt so machen. Aber das geht ja. Kommt auf jeden Fall hier einiges zusammen. Das finde ich gut. Zur Not gehen wir gleich nochmal los. Jetzt haben wir hier diesen Käse, ne? Oh, man sollte auch hier richtig schreiben können. Oh, man sollte auch hier richtig schreiben können. Also, wenn ich nicht mehr so machen. So. 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 Vielen Dank.